Für das Design der Traktoren 7R und 8R haben wir mit weltweit führenden Experten zusammengearbeitet. Zusammen mit BMW DesignWorks aus Kalifornien haben wir tolle Konzepte entwickelt. Den Anfang bildete nur ein einfacher Strich mit dem Stift. Die Handskizzen wurden in digitale Designdaten konvertiert und dann mit Hilfe eines Computer Aided Design Programms aufbereitet, bevor die ersten 3D-Modelle erstellt wurden. Bei unserem Entwicklungsprozess kam es auf das kleinste Detail an. Nur hochwertigste Materialien wurden ausgewählt und voller Leidenschaft weiterverarbeitet. Das Interieur erfüllt die höchsten Premium-Ansprüche. Die Ergonomie ist unerreicht. Wir haben jedes Detail beachtet und optimiert. Damit diese neuen Traktoren perfekt sind. Der erste optische Eindruck des neuen 8R ist bereits beeindruckend. Kraftvolle Linien signalisieren die starke Zukunftsausrichtung dieser Traktoren. Außergewöhnliche Zugkraft und fortschrittliche Technologie für eine moderne Landwirtschaft. Bei genauerer Betrachtung lassen sich die physischen Design-Elemente erkennen, die auf das Leistungsversprechen dieses Traktors hindeuten. Besonders breite Lufteinlässe lassen auf die unglaubliche Leistung schließen, die sich unter der Motorhaube entfaltet und für diese Klasse neue Maßstäbe setzt. Markante Designmerkmale wie der niedrige Türgriff, Breitere Trittstufen mit zwei Breiteneinstellungen, Wartungsleuchten und integrierte Front- und Heckkameras halten, was 7R und 8R versprechen. Unbändige Kraft. Die neuen Traktoren der Serien 7R und 8R von John Deere. Unaufhaltbar. Die neue Traktoren der Serien 7R und 8R versprechen. Vielen Dank.